Kackviecher da oben, ich meint dich Nein, wenn ich schreibe, wird sich das andere sagen KACKVIECHER! Ja, ich finde es halt immer krass, wenn du so ein bisschen viel rumschreist, so, ne, aber... Ich weiß immer dann, wenn ich eskaliere und dann nochmal rumschreie! Hahaha, das ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich hast du jetzt so eine Katze, die denkt sich, was geht mit dem aber doch... Ne, hab ich nicht. ...kackviecher... ...k Creier... Vielen Dank.